Ich teile meine Story, weil mir wichtig ist, dass wir Menschen in Krisensituationen und derzeit befinden wir uns in zahlreichen verschiedenen Krisensituationen handlungsfähig bleiben können und lernen mit der Veränderung besser umzugehen. Der Mensch im Wandel und wie Veränderung aus Sicht der Gesundheitspsychologie gelingen kann und wie wir dieses Wissen auch im Zuge der digitalen Transformation im Gesundheitswesen für uns nutzen können. Darüber spreche ich im Interview mit Claudia Lemkuhl.